hallo und herzlich willkommen zu der nächsten folge von minecraft dekoration und in diesem kleinen video geht es um diesen tisch hier und um das regal es ist sehr einfach wirklich sehr sehr einfach aber trotzdem finde ich es trotzdem sehr schön gibt einiges an detail zu einem gebäude und wie man das ganze hier baut das zeige ich euch jetzt anfangen werde ich mit dem regal das ist sehr einfach dazu platziert man einen block eurer wahl auf einen halt hier unten darauf könnt ihr dann teppiche legen die farbe ist auch egal das könnt ihr eurem hintergrund anpassen ich benutze in diesem fall hier grauen teppich und diesen kann man hier auch über andere teppiche stapeln und dadurch hat man den eindruck als ob hier ein regal entstehen würde wenn man einen diesen kleinen tisch bauen will braucht man zuerst vier tischbeine dazu müssen wir flower pots platzieren in diese kommen dann kaktus und auch hier wieder können wir ein teppich in der farbe unserer wahl nehmen und den von oben drauf auf die kaktus platzieren und dann entsteht hier unser tisch mit unseren vier beinen wenn man den tisch größer haben will muss man hier wieder zwei neue beine hinzufügen und dann wieder so das machen aber ich finde es im vier mal vier design am besten beziehungsweise auch im ein mal 1 design sieht es auch ganz nett aus so das ganze war es auch hierfür wieder nur ein sehr kurzes video als euch das video gefallen hat würde ich mich über eine bewertung freuen lasst konstruktive kritik da und auf wiedersehen